hallo leute hier ist euer spread of fox wir gehen wieder ins mittelalter getümmel und bauen unsere siedlung wieder auf oder weiter je nachdem wie man es bezeichnen möchte und zeitstart auch herrlich noch herrlicher so wo sind wir denn das jetzt möchte in geblieben die bauhütte haben wir speichern wir markt haben wir was soll er da gleich haben wir post haben wir ein sägewerk ein sägewerk kommt Ah Hier, ne, Sägewerk, Sägewerk Hmm Sägewerk Stimmt, Dorfküche wäre vielleicht noch nett Dann haben wir auch wenigstens unseren Glaubengut So morale 12 20 21 22 23 24 25 25 Oh Hier Kommt jetzt Du brauchst ein, du brauchst ein. Oh, ich kann also die... Okay, ich muss das erstmal handeln. Gut. Das läuft soweit. Sägewerk im Bauch. Und unser Nöger kann nur Bären... Hm... Gott, ähm... Genau, hier ist soweit alles. Nochmal Zustand U. Hier haben wir schon mal... Zwei neue Dortmunder. Yes. Nehme ich. Nehme ich. Sehr schön. Und... Und... Arbeit los. Wo stecken wir die Leute hin? Da schicken wir noch einen hin. Und da schicken wir noch einen hin. Mittel... Okay... So, warte mal. Wo könnte man jetzt Dinger freischalten? Tera... Boah, es lockt um irgendwie hier eine richtig geile Wurf zu bauen auf der Insel. Warte mal hier das Gebiet hoch. Warte mal hier das Gebiet hoch. Lockt auch gut. So, erstmal was schauen. Ach! Hier ist es also. Neufeltuch. Tief in der Dicht der Wälder gegrünt. Heißt, Neufel, alle herzlich willkommen. Verkauf von ihnen... Äh... Ja... Ähm... Wachs... Okay... Verkauft an Sibiren. Hm... Okay... Unser Ziel. Ausgaben... Produktion... Unterhaltung... 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 Fortschritt machen wir auch gut. Alle Leute... Das... Das... Das haben sie ja immer mal anders gemacht. Lull... Ich glaube ich will mit den... Da halt die Ecke hin. So, yay. Noch... Noch... Nämlich... Du kriegst auch gleich einen... Arbeitsweg... Warte noch... Warte noch... Äh... Komm hier favorisiert den Bau. Ich will jetzt endlich... meine erste Handelsroute... Leading... Habe ich überhaupt den Markt... Oh ja... Habe ich... Sollte ich auch noch einen Markt... für die anderen Stände machen... maybe... Warte noch mal. Hm... hmmmm... ... ... ... ... ... ... Yes... ...Segaberg... Und... Ich hab grad keinen, den ich damit richtig beauftragen könnte. Warte mal. Jo, ist mal keiner von euch mal schnell kommen. Ich spreche mit Bewohner. Happy? Gott des Dienst. Ja, meckert nicht wegen eurem Gottesdienst rum. Hier ist der Gewerb. Arbeiter, komm schon. Gibt einen neuen Beruf. Yes. Jetzt haben wir eigentlich auch ein Siegel weg. Das ist fein. Alle Fenster schließen. Nicht notwendig. Ja, Gottesdienst. Ich brauche. Ich würd gern... Ja, ich würd zu gern jetzt hier diese Handelsroute einschlagen, dass ich wenigstens Werkzeug kaufen kann. Ja, Fischkleidung. Wenn man selber herstellt, dann ist es auch nicht mehr nötig. So... Da konnte man... Ich hab' noch mal... Hm... Ich hab' noch mal... Okay, ja. Okay, aber. Uh. Okay. Ich konnte doch. Hm. Gut. Äh, geht das sonst noch gut? Ja, stimmt. Ich bin auch nöt. Das müsste ich auch mal bauen. Und zwar kommt das denn schön hier hin. Ja. Ja. So, ich kann den ein Dopp-Rand-Aufspiel. Sag mir doch. Habe ich. Habe ich. Habe ich. So. Einer. Ich habe doch hier. Ich verstehe das Spiel aktuell nicht. Was will ich von mir. Äh. Wir haben gerade keine auf. Hallo. Ähm. Oder. Oder muss ich jetzt ein neues Territorium kaufen. noch mal kommen. Ich kann auch erst bei gutem Wunderland holen. So ist es nicht. Aber. Ich kann hier wirklich schon mal. Genau. Jetzt. Warte. Bärenstatt zum Basteln. Der Doktor ist bisschen prior. Und damit wir auch. Ja. Ähm. Ich weiß nicht. Was ich gerade wirklich. Falsch mache. Im Spiel. Also. Spiel. Sagt mir doch was. Was ich tun soll. Ja. Ich weiß nicht. Ich bin gerade ratlos. Ich bin gerade ratlos. Gott. Ähm. Ehm. Perfekt. Wo ist denn da. Wir schauen. haupt auf Oh mein Gott, die Handelsfrotte rettet mir gerade den Arsch. Oh mein Gott, die Handelsfrotte rettet mir gerade den Arsch, die Handelsfrotte rettet mir gerade den Arsch, die Handelsfrotte rettet mir gerade den Arsch. Oh mein Gott, die Handelsfrotte rettet mir gerade den Arsch. Ja, jetzt ist auch das... Ach Gott, ich bin so stupid. Das hat mehr Priok-Toil als... Oh, das ist fertig. Ich freu es. Das ist alles. So. Okay. Okay. Oh. Weißt du? Weißt du? Weißt du? Baut schneller. Ja, ich weiß, ich hab euch den Unwürfistenarbeits mit euch gegeben. So. So. Genau. Dann verbreitern sich hier die Felder. Kloster. Ja, ich sehe die Felder. Komm schon. Ooh. Oh. Oh, man. 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 See you now. Oh, it's fucking nice. See you now. Noch schneller bauen. Warum schon? Bitte warte, ich zieh nur noch die Mauer hier durch und dann soll es auch gut sein. Okay. Ja, schön ist. Außengebiet ziehen. Gott, der richtiger Assi-Punkt. Okay. 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 So und für die zukünftige Brücke. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. In 7 Tagen nächste Woche. Ciao, ciao. Lull. Okay. 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 Okay.